Hallo und herzlich willkommen zurück bei Subsistence. Tja, ich brauche zwei neue Hühner. Äh, wieso ist das Wasser bei mir? Ja, ich brauche mal das Wasser, wo ich da reintalne. So. Okay. Einmal, zweimal und jetzt gehen wir raus, so. Ich brauche erst als Hühner. Und ansonsten bin ich halt jetzt täglich quasi in dem Trott. Suchen, aufwerten, suchen, aufwerten. Hm. Ihr könnt mir ja mal sagen, ob ihr noch irgendwas sehen wollt von dem Spiel, weil sonst würde ich das eventuell mal in die Pause schicken. Mal jeden Tag nur irgendwas sammeln und dann vielleicht was upgraden, wo wir genug Energie haben. Achtung. Dann würde ich nämlich bis zum nächsten Update quasi warten, anschauen, was sich geändert hat. Wäre so meine Idee. Oh, wow. So. 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 Okay. Okay, wo bist du, du letzter? Da hinten. Du gehst auch ins Gebüsch. Gute Idee. Ich hatte vorher bei dem Kumpel gesehen. Beste Idee ever. So. So. Da ist niemanden. Wieso waren da drei Leute? Der dritte. So. Ach, weil da ein Lagerfeuer ist. Okay. So. Okay. So. 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 Gib mir mal das Fleisch. Okay. 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 So. 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 kriegen wir noch ein Hühnchen viel Munition oh man dann also ich brauche das, das nein, das gar nicht das und das eins, zwei, drei da haben wir noch Samen okay, ich bräuchte wieder das und okay, dann bräuchte ich nur Stoff für Verbände so dann tu mein Rest da rein so, ich glaube, jetzt haben wir alles den Rest baut er jetzt unterwegs oops das ist ein Hase, wenn der 30 steht da hinten ist eine Dietrichkiste komm ich denn da vorbei hinten um den Felsen rum danke da ist nur noch ein Bär gleich neben einem Hühnchen dann okay okay Wie komme ich da hin? 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 Ich bräuchte ein lebendes Hühnchen. Wie komme ich da hin? Wie komme ich da hin? Wie komme ich da hin? Hühnchen? Hühnchen? Wie komme ich da hin? Wie komme ich da hin? Wie komme ich da hin? Und? Das ist aber... Das ist eine normale Kiste? Ja, okay. Da hinten ist... Das ist... Das ist... auch... Auch tot... auch... auch tot... auch tot... auch... 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 ein Hase gehen wir mal ganz normal dann können wir Stamina regenerieren auch da war ein Hähnchen weil man übrigens auch da waren es sogar zwei Eisenbahnen drinnen wo ist denn das Hühnchen hin? da ja du Hühnchen ich habe halt einen schönen Platz im Stall danke den wollte ich dir anbieten oh ja da ist ein Bier ja, bei meiner Basis das ist zwar okay, aber gerade etwas nervig, weil möchte der gerne mit hier rein tun und der wird gleich kommen oh ja da komm her du kleiner Bär du hättest mich auch in Ruhe lassen können dann hättest du ganz normal weiterleben dürfen die Gegner fressen dürfen aber nein, du wolltest ja unbedingt mich fressen so, was haben wir da? wir haben elf Fertige 18 nicht das kann man schlachten wir haben zwei Metallbahnen cool wir brauchen auf jeden Fall einen neuen Titel so da rein alles das da rein ich habe 22 Nahrungsregeln ich habe 22 Nahrungsregeln oh man so so ich habe viermal Wasserbriketts ich habe Hunger niam 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 und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder ihr könnt mir sagen, was ihr noch gerne sehen würdet ich meine, ja, die Molle ist im Einsatz muss ich noch ausprobieren die habe ich ja bald zahm und dann sehen wir uns morgen wieder also, tschüss